Wenn du Angst hast, schau auf Jesus, er hat keine Angst. Wenn du Zweifel hast, schau auf Jesus, er hat keinen Zweifel. Wenn du schwach bist, schau auf Jesus, er ist stark. Wenn du gelust hast, schau auf Jesus, er hat gesiegt. Ich will dir was sagen, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester. Schau nicht auf dein Leben. Schau nicht auf deine Niederlage. Halte nicht fest auf deine Siege, die du aus deiner Kraft gemacht hast. Denn wenn du auf dich sehst, wirst du fallen. Schau auf Jesus, denn er ist der Herr über alle Herren, er ist Sieger. Dein Leben hängt nicht von dir ab, sondern dein Leben hängt von Jesus Christus ab. Ja, vertraue ihm, schau auf ihn, denn er ist der Überwinder. Wenn, solange du auf deine Kraft vertraust, wirst du verlieren. Aber wenn du auf seine Kraft vertraust, wirst du siegen. Denn es steht geschrieben, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Ja, durch Jesus Christus bist du ein Überwinder, bist du ein Gewinner. Jesus Christus ist der Weg und die Weide und das Leben. Schalom und Amen.